je meine hand rein schlage desto einfacher wird es durch die pfanne zu kommen und je weiter ich hier am ende hin arbeite desto schwieriger wird das weil hier kann ich das aus dem handgelenk einfach nicht mehr halten also auch wenn ich kräftig bin das funktioniert vielen dank für die schmutzung